Orange! Orange! Walter Pflicht! Kerstin! Aber nichts mit Küssen, ja? Kerstin, du bist etwas verklemmt. Ich würde sagen, twerken. Ach du Scheiße, was ist los mit euch? Nee, 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 bitte nicht, bitte nicht. Mach ich nicht, mach ich nicht, mach ich nicht. Tut mir leid. Nee, ich will den ersten Tag. Es gibt keinen ersten Tag. Nee, 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 nee. Ich geh auf Klo. Ich muss kurz auf Toilette. Wo sind wir denn hier? Im Kindergarten? Hä? Oh Gott, was seid ihr denn für Leute? Ich liebe dich. Ist ja ein starkes Stück, würden die Jungs zu ihren Kumpels über Orange sagen. Jeder normale Mensch hingegen. Sie hat was in der Birne, sie ist wirklich intelligent. Und Gegensätze ziehen sich ja eigentlich an. Deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, warum die Jungs so abweisend ihr gegenüber sind. Ey, bist du eigentlich selbstbewusst? Ich reg mich darüber also so auf. Wie regt mich auf hier, Digge? Was ist das hier? Die Ladies sind ja alle hübsch und sauber. Ich möchte nicht vor der ganzen Welt twerken. Are you the one? Oder wie es auch heißt. Nüchtern halte ich das hier nicht aus. Jetzt direkt ein Abo mit Glocke da lassen, dann verpasst er nichts.